Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen und Legenden aus unserer Region. Mein Name ist Noemi Gierkler und gemeinsam mit meinen Gästen begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden. Diese Staffel des RNZ-Podcasts Sagenhafter Odenwald wird unterstützt von der Eberstatter Tropfsteinhöhle. Erleben Sie verborgene Wunder wie die Tropfsteingebilde Hochzeitstorte oder den Elefantenrüssel. Informationen finden Sie unter www.tropfsteinhöhle.eu. In unserer heutigen Folge befassen wir uns mit Hildegund von Schönau. Dafür zu Gast sind heute Jonas Narchi und Isabel Kimpel, die beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sind. Isabel, wie bist du denn zu dem Thema Hildegund von Schönau gekommen? Ja, gemeinsam mit meinem Kollegen erforschen wir im Projekt Klöster im Hochmittelalter Texte von Autoren aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die in Klöstern oder anderen religiösen Gemeinschaften entstanden und einer der zentralen Autoren in meinem Forschungsprojekt ist Cäsarius von Heisterbach. Und Cäsarius ist einer der Ersten, der über das Leben von Hildegund bzw. Josef von Schönau berichtet. Jonas, wie bist du zu dem Projekt gekommen? Ja, ich bin im selben Projekt eigentlich eher für das 12. Jahrhundert zuständig, was in dem Fall ganz gut passt, weil Hildegund selbst im 12. Jahrhundert lebt, ihre Todesdaten sind bekannt, also 1188 stirbt sie, auch wenn ihre Wieden dann erst ab dem 13. Jahrhundert geschrieben werden. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil wir sozusagen dann beide entdeckt haben, wir können gemeinsam daran forschen. Und wer noch nichts von Hildegund von Schönau gehört hat, der sollte jetzt bei der Sage die Ohren spitzen. Die heilige Hildegund zu Schönau In der Nähe von Köln lebten einst zwei fromme Eheleute in Wohlstand und Ansehen. Der Himmel hatte ihnen zwei Töchter geschenkt, eines der Mädchen war Hildegund. Nachdem die Mutter verstorben war, wollte der Vater zur Pilgerreise ins Heilige Land aufbrechen, um für das Seelenheil seiner Frau zu beten. Als er Hildegund sein Vorhaben mitteilte, drängte diese ihn, sie doch mitzunehmen. Er gab unter der Voraussetzung nach, dass seine Tochter die Kleider eines jungen Knaben anlegte und für die Dauer der Reise den Namen Josef annahm. Mit ihnen reiste nur ein einzelner Knecht. Auf Überfahrt ins gelobte Land wurde der Vater plötzlich sehr krank und verstarb. Dennoch setzte Hildegund als Josef verkleidet ihre Reise fort. Noch vor Jerusalem aber ließ sie der treulose Knecht im Stich und machte sich mit all ihrer Habe aus dem Staub. Ein frommer Mann sah die Not des als Pilger verkleideten Mädchens und half ihr, in die Heimat zurückzukehren. Doch zurück aus der Fremde behielt Hildegund ihre Männerkleidung an und den Namen Josef bei. Als dieser trat sie bei einem Kanonikus in Dienste. Geschäfte riefen den Mann bald darauf nach Rom. Er ritt zu Pferde, Josef folgte zu Fuß. Da gesellte sich ein Mann zu ihm, der Josef unter einem Vorwand seinen Sack schultern ließ. Alsbald war der Nichtsahnde von wütenden Dorfbewohnern umringt, die ihn bezichtigten, den Sack gestohlen zu haben. Er jedoch berief sich auf seine Unschuld, die durch ein Gottesurteil bewiesen werden sollte. Man brachte eine glühende Pflugschar und wie durch ein Wunder wandelte der Beklagte mit bloßen Füßen unversehrt darüber hin. Richter und Kläger waren nun von seiner Unschuld überzeugt und so erzählte Josef, wie er zu dem Sack gekommen war. Dabei beschrieb er den Dieb so genau, dass man den tatsächlichen Missetäter erkannte und bestrafte. Als Josef seinen Weg fortsetzte, umringten ihn auf einer einsamen Stelle im Wald die Diebsgenossen des Gehängten, um ihren Kumpanen zu rächen. Sie erhängten Josef am nächsten Baume und eilten davon. Als kurz darauf einige Hirten vorbeikamen, schien kein Leben mehr in seinem Körper zu sein. Also beschlossen sie, ihn zu begraben. Doch während die Hirten das Grab aushoben, eilte ein Engel des Herrn herbei und nahm ihn mit sich. In seinen Armen belebte sich die Leiche wieder und als Josef zu sich kam, fand er sich im Gefolge seines Herrn wieder. Gemeinsam setzten sie die Reise fort, bevor sie nach Deutschland zurückkehrten. In Speyer hörte Josef dann von dem frommen Leben der Mönche im Kloster Schönau und entschloss sich, zu ihnen zu gehen, um sich des ewigen Heiles würdig zu machen. Die Brüder nahmen den neuen Zögling auf und unterrichteten ihn in den Regeln ihres Ordens. Noch war aber das Probejahr nicht ganz vorüber, als Josef erkrankte. Die Anstrengungen seiner weiten Reise hatten die Kräfte seines Körpers aufgerieben. Am 20. April 1188 entschlief er selig in dem Herrn. Sein Geschlecht war bis zu seinem Tode unerkannt geblieben. Erst jetzt entdeckte man, dass der vermeinte Knabe Josef die Jungfrau Hildegund war. Sie ward im Kloster Schönau begraben. Wo aber jetzt ihr Grab liegt, ist unbekannt. So viel zur Sage. Nun stellt sich aber, wir haben ja die Quellen vorhin schon mal angesprochen, die große Frage, gab es Hildegund bzw. Josef wirklich? Und wie sollen wir die Person im Laufe unseres Gesprächs jetzt nennen? Wir gehen aufgrund der aktuellen Quellenlage davon aus, dass es sich bei Hildegund bzw. Josef von Schönau um eine historische Person handelt. Inwiefern einige Details des Lebens so tatsächlich stattgefunden haben, wie wir sie gerade in der Sage gehört haben, ist heute nicht mehr rekonstruierbar. Und die Erzählung wird sicherlich durch mündliche Tradierung und auch eine spätere schriftliche Fixierung eben als Wundergeschichte stetig erweitert worden sein. Wir haben ja jetzt in der Sage sowohl die Namen Hildegund als auch Josef benutzt. Gibt es da ein richtig oder falsch oder werden die Namen synonym benutzt? Was die Benennung der Person angeht. Die mittelalterlichen Autoren sprechen in ihren Episoden sowohl von Hildegund als auch von Josef, einfach je nachdem, um welche Phase des Lebens es sich gerade handelt. Und unser Wissen basiert auf diesen Quellen. Deshalb schlagen wir vor, die Namen auch synonym zu verwenden. Und daher auch gerade die Besonderheit der Geschichte und die Beliebtheit in regionalen Legenden-Erzählungen bis in die Gegenwart einfach im Grund in der Thematisierung der Geschlechtlichkeit hat. Und genau, es ist auf jeden Fall in Ordnung, Hildegund und Josef zu sagen. Dann verwenden wir die Namen synonym jeweils dann, wann es jeweils für die Lebenslage am passendsten ist. Genau. Zur Quellenlage. Die ist ja relativ gut im Vergleich zu vielen anderen Geschichten. Ja, die Erzählung ist in mehreren Fassungen überliefert. Und diese Fassungen weichen in Details voneinander ab. Aber das ist eben sehr interessant. Sie haben eigentlich die gleiche grobe Rahmenhandlung. Und der Grund liegt sicherlich darin, dass schon sehr früh nach dem Tod 1188 die erste Fassung entsteht von einem Zisterzienser namens Engelhard von Langheim. Er fügt die Geschichte, die er von einem Augenzeugen erzählt bekommen haben will, in seine Mirakelsammlung ein. Und auch Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts folgen dann weitere Versionen. Und ich habe schon ganz am Anfang Cäsarius von Heisterbach genannt. Er ist einer davon. Auch ein Zisterzienser. Also ganz spannend. Es bestand vor allem aus dem Umfeld des Zisterzienserordens, zu dem ja Schönau auch selbst gehört, ein großes Interesse, die Lebensgeschichte schriftlich festzuhalten und zu verbreiten. Und genau das ist ja der ganz interessante Punkt. Weil mir fällt jetzt bei einer Frau, die als Mann gelebt hat, im kirchlichen Kontext als allererstes die Geschichte von Johanna der Päpstin ein, die ja sehr umstritten ist, aber letztendlich ja zum Ziel hatte, die Kirche zu diskreditieren. Wohingegen in Schönau die Mönche die Geschichte ja selbst verbreitet haben. Was war da der Grund dafür? Kann man Johanna und Hildegund überhaupt miteinander vergleichen? Oder steckt da irgendwas ganz anderes dahinter? Es hätte ja auch ein Skandal werden können, dass plötzlich ein Mann als Frau enttarnt wurde nach dem Tode. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein sehr interessanter Vergleich, Johanna die Päpstin hinzuzunehmen. Man muss vielleicht dazu sagen, die Legende von der Päpstin Johanna, die gibt es auch ab dem 13. Jahrhundert. Aber sie hat eigentlich primär das Ziel, das Papsttum zu kritisieren, zu sagen, da ist ja irgendwas ganz im Argen im Rom, dass man das nicht gemerkt hat. Und hier haben wir genau das Gegenteil. Also in Schönau ist es nicht so, dass die Legende von außen als Kritik oder Satire entsteht, sondern von den Mönchen selbst in Umlauf gebracht wird. Man bemüht sich darum, diesen Kult oder diese Verehrung von Hildegund zu stärken. Man kann jetzt natürlich überlegen, ob das nicht auch eine Art Angriff nach vorne ist. Also man hat die Gefahr, einen Skandal auszulösen. Eine Frau, die unter Männern unentdeckt lebt, da könnte man ja direkt meinen, dass sie versteckt wurde, dass man die Keuschheit nicht eingehalten hat oder Ähnliches. Aber hier wird genau das Gegenteil gemacht. Man verehrt sie dann sehr früh schon nach ihrem Tod. Als Heilige. Und das wird von den Schönauern selbst auch betrieben oder angetrieben, was natürlich auch dem Kloster finanziell hilft, viele Pilger anzieht und Ähnliches. Also kann man die beiden eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen? Oder doch? Ein Stück weit schon, weil es natürlich in beiden Fällen biologisch eine Frau ist, die sich als Mann verkleidet. Natürlich muss man dazu sagen, Johanna ist eine reine Legende, eine Erfindung, um das Papstum zu kritisieren. Bei Hildegund sind wir uns sicher, dass sie existiert hat. Aber der Vergleich zeigt auf jeden Fall, dass die Rolle von Frauen und Männern in der Kirche auch sehr ausschlaggebend dafür war, wie man das Ganze bewertet und sieht. Nun aber die große Frage. In einem Kloster hat man ja wirklich auf engstem Raum zusammengelebt. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass da Hildegunds biologisches Geschlecht nicht auffallen konnte? Genau diese Frage haben sich die Zuhörer und Leser von Caesarius im 13. Jahrhundert auch gestellt. Das Kapitel der Wundergeschichte ist auch wie das gesamte Werk, in dem es eingebunden ist, in Form eines Dialoges abgefasst. Das heißt, während Caesarius das Leben von Hildegund beschreibt, stellt ein Novize immer wieder Rückfragen und hier mit einem besonderen Fokus auf ihr Geschlecht und eben das Zusammenleben von Mann und Frau im Kloster. Eine Anekdote ist zum Beispiel, eine Nachfrage, die der Novize stellt, ist, dass er fragt, ob Hildegund keine Versuchungen in Schönau hatte. Und Caesarius erwidert darauf, dass er von Versuchungen ihrerseits nichts wisse, sehr wohl aber von Versuchungen ihrer Mitbrüder. Denn als sie krank war und auf einer Trage dann in den Krankensaal gebracht wurde, soll ein Mönch zu seinen Mitbrüdern in etwa gesagt haben, dieser Mensch ist entweder eine Frau oder der Teufel, denn ich kann ihn nicht anschauen, ohne in Versuchung zu geraten. Wir finden im Bericht von Caesarius auch weitere Anekdoten, in denen Hildegund recht gewitzt mit ihrer Geschlechtlichkeit spielt. Sie verhält sich zum Beispiel extra übermütig, um unter den jungen Novizen nicht aufzufallen. Und als sie vom Abt gefragt wird, ob sie noch nicht im Stimmbruch gewesen ist, antwortet sie dann, dass sie niemals ihre Stimme wechseln wird. Wir sehen, es gibt viele Details zum Zusammenleben im Kloster, aber diese Berichte muss man natürlich mit einer gewissen Quellenskepsis genießen. Denn Caesarius selbst gibt an, er habe die Anekdoten von Mitbrüdern nach dem Tod erfahren. Und wir wissen ja auch aus unserer eigenen Erfahrung, wie Unterhaltungen oder auch Ereignisse im Nachhinein ausgeschmückt werden oder umgedeutet werden. Das heißt, genau, man muss es stets auch irgendwie unter der Gattung sehen, in der es geschrieben wurde, als Wundergeschichte. Und das haben wir ja alles, nachdem das Ganze wirklich von den Mönchen selber publik gemacht worden ist. Weshalb könnten die Mönche so offen mit dieser Entdeckung umgegangen sein? Ja, das verweist vielleicht auch so ein bisschen auf die Geschichten, die wir von dem unmittelbaren Tod von Hildegund haben und dem Umgang der Mönche mit dem Tod. Also sie stirbt als Bruder Josef und wird auch erst mal für Bruder Josef gehalten. Man wäscht dann den Leichnam. Und in dieser Szene kommt es dazu, dass man dabei merkt, dass das biologische Geschlecht von Josef eben ein weibliches ist. Und da ist es dann interessant zu sehen, die erste Reaktion ist nicht, dass man jetzt besessen rausfinden möchte, ist das eine Frau, ist das ein Mann gewesen oder wie oder was. Man möchte primär den Namen von der Person wissen, um angemessen für sie beten zu können. Das war das wichtigste Anliegen, weil man ja Bruder Josef jetzt nicht mehr sagen wollte. Also hat man erst einmal die Lösung gefunden, dass man gesagt hat, man betet anonym für diese Markt Gottes. Und dann hat man eben die Mönche in die umgebenden Städte geschickt, um herauszufinden, wer war diese Person. Einen Teil ihrer Lebensgeschichte kannte der Beichtvater, aber immer noch unter der Geschichte von Josef und den restlichen Teil musste man in Erfahrung bringen. Da ist es dann eben interessant zu sehen, die Verehrung setzt dann gleichzeitig ungefähr ein mit dieser Suche nach der wahren Identität von Hildegund-Josef. Und die Identität konnte ja dann tatsächlich geklärt werden, soweit ich weiß, in der Nähe von Neuss. Das heißt, diese Geschichte hat ja damals relativ schnell auch eine große Runde gemacht. Ja, genau. Also man hatte eben die Erzählung dem Beichtvater gegenüber. Das heißt, man wusste ungefähr, wo man suchen muss in der Nähe von Köln. Und so berichten eben die Quellen, dass man dann eine alte Frau gefunden hat, die die Familie kannte und die dann eben preisgegeben hat, dass der Name Hildegund ist. Und diese Verehrung hat dann einfach sehr schnell schon eingesetzt und natürlich auch regional in der Gegend Köln-Neuss bis heute angedauert. Aber man kann doch auch eher sagen, dass es vor allem eine regionale Strahlkraft dann hier in der Region hatte. Nun haben wir einiges zur Geschichte von Hildegund gehört. Über eins haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Welche Motivation könnte Hildegund denn gehabt haben, als Josef zu leben, nachdem sie, nachdem er ja dann schon wieder in Deutschland war und ins Kloster eingetreten ist? Das ist eine sehr spannende Frage. Auch die, die die Zeitgenossen bereits interessiert hat. Also irgendwie will das Ganze nicht ganz zusammenpassen, denn man könnte ja erst mal den ersten Erklärungsansatz versuchen, dass es eine pragmatische Entscheidung war. Josef hat auf der Reise rausfinden können, wie einfach es vergleichsweise ist, als Mann durch diese Gesellschaft zu reisen, unbehelligt zu sein und sicher zu sein und konnte ja dann vielleicht auch bei der Rückkehr hierher diese pragmatischen Gründe gehabt haben, zu sagen, ich werde einfach weiterhin als Josef leben. Das Problem an diesem Erklärungsansatz ist, dass es ja eigentlich gar nicht mehr so praktisch und pragmatisch ist, ab dem Moment, wo man wieder in Sicherheit ist, nach wie vor als Mann zu leben. Denn Josef lebt auf engstem Raum in einem Schlafsaal und in Waschräumen und ähnlichen Gegebenheiten in Schönau mit Mitbrüdern zusammen, die jederzeit entdecken könnten, dass es sich biologisch um eine Frau handelt. Das heißt, eigentlich gehen sehr, sehr viele Hindernisse und Schwierigkeiten damit einher, diese Identität weiterhin zu leben. Deswegen haben wir uns auch in unserer Forschung um andere Motivationen gekümmert, herauszufinden, ob es andere Motivationen gibt. Eine Möglichkeit wäre eine religiöse Erklärung. Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt in der Tradition von heiligen Legenden auch einige Fälle, vor allen Dingen in der Spätantike, die in Kloster eintreten, obwohl sie eine andere Geschlechtsrolle annehmen dafür. Also es sind immer Frauen eigentlich, die eine Identität als Mann annehmen und als Mönch dann leben. Ein Beispiel ist Marinos oder auch Marina. Marina ist eigentlich eine Frau, tritt in ein Kloster ein als Mann, Marinos, und lebt dort. Und da ist auch interessant zu sehen, es ist eher mit Schwierigkeiten für sie verbunden. Das heißt, zum Beispiel wird in einer ganz schlimmen Episode ihr eine Vergewaltigung einer Frau vorgeworfen und auch die Zeugung eines Kindes aus diesem Kontext heraus. Marinos lehnt das alles nicht ab, streitet das alles gar nicht ab, nimmt das auf sich und zieht sogar dieses Kind auf, anstatt die eigene Identität als biologische Frau aufzugeben oder preiszugeben, muss dann aus dem Kloster austreten, als Bettler leben etc. Das heißt, all das nimmt sie auf sich und da macht die Heiligenlegende etwas draus, was sehr interessant ist, nämlich eine Christusnachahmung. Sie sagt dann, ja das ist eigentlich, wie wenn Christus sagt, man soll die andere Wange hinhalten. Also mit anderen Worten, man nimmt als Frau zusätzliche Entbehrungen auf sich, sogar Ungerechtigkeiten aufgrund dieser männlichen Rolle, die man angenommen hat und lebt dieses schwerere, entbehrungsreichere Leben, was dann auch verdienstvoller ist. Vielleicht könnte das ja ein Vorbild für Hildegund gewesen sein. Das mag sein. Die Frage, die ich mir nur im Moment stelle, ist, es gab ja gerade in dieser Zeit in der Kirche auch große Frauen, die wir bis heute kennen. Ich sage jetzt mal einfach den Namen Hildegard von Bingen, die ja als Frau in der Kirche zu sehr, sehr hoher Anerkennung gekommen ist. Wäre das nicht auch ein Weg für Hildegund gewesen? Genau. Also das ist auch der Hauptgrund, warum wir die religiöse Erklärung nicht zu 100 Prozent befriedigend finden. Es gibt zur gleichen Zeit sehr, sehr angesehene Frauen. Hildegard von Bingen ist das bekannteste Beispiel. Man muss dazu sagen, sie schreibt als hochgelehrte Frau sehr, sehr viele Traktate, theologische Literatur, naturkundliche Schriften und sie wird sogar von Bischöfen gefragt, wie man verschiedene Bibelstellen zu verstehen hat und antwortet darauf als Autorität ihrer Zeit. Das heißt, so etwas gab es. Ein anderes Beispiel ist Elisabeth von Schönau. Das ist ein anderes Schönau, das ist westlich von Frankfurt, aber Elisabeth war zu dieser Zeit genauso bekannt als große Visionärin und Autorität. Warum hat Hildegund dieses Leben nicht gesucht, als Nonne einfach in einem Kloster zu leben, was sehr angesehen sein konnte? Und warum hat sie das nicht spezifisch in diesem Fall bei den Zisterzienserinnen gemacht, die ja zu der Zeit besonders angesehen waren? Ja, genau, wir befinden uns grundsätzlich in der Zeit Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der eben ein erheblicher Anstieg von Gründungen von Frauenklöstern zu bemerken ist. Und gerade beim Zisterzienserorden wird in der Forschung vor allem für die Zeit ab 1200 von einer Gründungswelle gesprochen. Das heißt, Hildegund lebte genau in der Zeit der neu aufkommenden Möglichkeiten, als Frau ein religiöses und im Fall des Zisterzienserordens sehr strenges Leben im Kloster zu führen. Und es wäre durchaus möglich gewesen, für sie Zisterzienserin zu werden. Das heißt, wir haben jetzt weder im pragmatischen noch im religiösen Ansatz eine logische Erklärung dafür gefunden, dass Hildegund sich entschieden hat, als Mann zu leben. Es gibt ja aber noch einen dritten Ansatz, den ihr beide auch verfolgt habt. Ja, unser dritter Ansatz wäre eben zu fragen, ob es nicht auch in der Geschlechtsidentität von Hildegund oder Josef begründet liegen kann. Denn sie nimmt ja oder eher ganz, ganz viele Entbehrungen auf sich, die eigentlich nicht notwendig wären. Frauen gelten in dieser Zeit zum Teil sogar als die besseren Drähte zu Gott sozusagen. Also Nonnen sagt man zum Beispiel nach, dass ihr Gebet effektiver ist als das von Mönchen. Das heißt, warum lebt man dann nicht einfach als Nonne, tritt in ein Klosterm von Nonnen ein. Die Überlegung ist, ob Hildegund oder auch Josef als Transperson angesprochen werden kann. Vielleicht kurz zur Einordnung ist es uns auch klar, dass das natürlich ein Begriff ist, den im Mittelalter niemand kannte. Der Begriff selbst ist natürlich neu, das Phänomen ist aber nicht neu. Das heißt, das Phänomen, was wir in der Psychologie als Geschlechtsdysphorie bezeichnen oder auch Geschlechtsinkongruenz, das bedeutet, dass das biologische Geschlecht und die empfundene soziale Geschlechtsidentität nicht übereinstimmen, das gab es schon immer. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Bevölkerung vielleicht zu ein bis drei Prozent von diesem Phänomen betroffen sind. Das heißt, warum nicht auch Hildegund beziehungsweise Josef? Ein wichtiges Indiz dafür ist, dass die Identität Josefs von Anfang an beibehalten wird, ab dem Moment, wo sie zurückkommt oder er und dies auch immer auf spielerische Art und Weise. Also wir haben mehrere Anekdoten ja schon gehört, in denen Josef damit spielt und die anderen fragt, werde ich erkannt als Frau oder nicht, meine Stimme verändert sich nicht und ähnliches. Das heißt, da identifiziert sich Josef auch vollkommen mit dieser Rolle als Josef und unsere Frage ist eben, ob das nicht einfach das ist, was man heute als transgeschlechtlich bezeichnen würde, also ein Mensch, der sich mit dem anderen Geschlecht identifiziert. Aber das ist damals ja sehr selbstverständlich angenommen worden. Kann man sagen, dass die Kirche damals vielleicht etwas toleranter war als heutzutage? Ich glaube, das kann man auf jeden Fall nicht unbedingt so ausdrücken. Die Kirche hat auf jeden Fall eine andere Perspektive auf die Dinge. Vielleicht können wir es so formulieren. Also toleranter waren die im Mittelalter nicht, das ist klar. Aber es ist interessant zu sehen, dass diese Fälle, von denen wir aus verschiedenen heiligen Legenden wissen, meistens als wunderhaft angesehen wurden, als positiv und auch gefördert wurden. Nicht, weil man wollte, dass das jetzt jeder macht, sondern man wollte das als besonderen Ausnahmefall dann erklären. und dann hat man das auch geduldet, weil es irgendwie eine besondere Art von verdienstvollem Leben mit sich gebracht hat. Was schon interessant ist, dass die Mönche ja gar nicht reagieren mit einem Skandal oder indem sie jetzt wirklich die ganze Zeit nachforschen, war das jetzt biologisch eine Frau oder wie genau hat sie sich identifiziert oder ähnliches, sondern die Mönche wollen wissen, wie sie am besten für diesen Menschen beten können. Ich glaube, das ist auch etwas, was heute für uns noch interessant und relevant ist zu sehen. Man kümmert sich primär um das Seelenheil und ist gar nicht so stark an dem Körper interessiert, der ja im monastischen Leben sowieso ein bisschen nachgeordnet ist. Wenn ich keusch lebe, darf ich gar nicht zu sehr auf der Geschlechtlichkeit rumhacken sozusagen oder mich darauf konzentrieren. Jetzt haben wir ja schon die Wunder angesprochen. Wir haben von den Wundern auch schon gehört. Nun stellt sich mir die Frage, haben wir hier tatsächlich den Fall, dass eine vermeintliche Transperson heilig gesprochen worden ist? Wildegund wird ja bis heute noch verehrt. Ja, also vielleicht müssen wir das sozusagen erstmal die Heiligkeit relativieren, ohne dass wir persönlich ihr die Heiligkeit absprechen wollen. Aber Hildegund ist, beziehungsweise Josef ist nicht als Hildegund offiziell von der katholischen Kirche als Heilige aufgenommen worden. Aber es gibt einen ganz schönen Vergleich. Wir haben es schon erwähnt, Marinos. Marinos ist als Marina offiziell als Heilige anerkannt und wird gegenwärtig von der Transcommunity als Identifikationsfigur wahrgenommen. Das ist bei Hildegund beziehungsweise in dem Fall ja dann Josef nicht der Fall. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Die Überlieferung der Vita von Marina beziehungsweise Marinos ist einfach umfangreicher und in viele Sprachen übersetzt und der heiligen Kult ist einfach weiter verbreitet. Und Hildegund beziehungsweise Josef, die Verehrung ist eher auf einer lokalen Ebene zu verorten. Ja, das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Ja, um direkt auch die lokale Verehrung zu nennen. Es gibt eine katholische Kirchengemeinde im Steinachtal, die Sankt Hildegund heißt. Das Interessante ist, es gibt keine einzelne Kirche in dieser Gemeinde, die jetzt Hildegund geweiht ist. Ich habe auch mal im erzbischöflichen Archiv in Freiburg nachgefragt. Es gibt anscheinend in der gesamten Erzdiözese Freiburg kein einziges Patrozinium, also keine einzige Kirche, die Hildegund geweiht ist. Und als ich im Dikasterium für Heiligsprechungsprozesse im Vatikan nachgefragt habe, hatte man dort überhaupt keine Informationen zu Hildegund. Was natürlich sehr interessant ist. Man muss dazu sagen, Heilige wurden erst ab dem 13. Jahrhundert zunehmend systematisch heilig gesprochen. Vorher ist die Heiligsprechung nicht ansatzweise so juristisch definiert, wie das heute der Fall ist. Das heißt, das muss gar nicht dagegen sprechen. Sie gilt trotzdem als Heilige und die Gemeinde trägt ihren Namen. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie begrenzt ihre Bekanntheit eigentlich in der Region ist und wie wenige Hildegund heute noch kennen. Deswegen reden wir ja über sie, um sie ein bisschen bekannter zu machen. Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass es St. Hildegund noch gibt, dass ihr oder ihm aber eben keine Kirche geweiht ist. Wo finden wir Hildegund denn heute noch? Das haben wir auch versucht herauszufinden und es liegt sehr nahe, dass sie beziehungsweise er begraben ist im Chor der Klosterkirche Schönau. Das finden wir in den Quellen und in den Quellen werden auch Verse überliefert, die eventuell zu einer Grabinschrift gehört haben könnten. Und es gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten, archäologische Grabungen in Schönau. Bei denen wurden auch Gräber und Grabplatten gefunden, aber leider gibt es nichts, was irgendwie Hildegund oder Josef zuzuordnen wäre. Nach allem, was wir wissen, liegt sie also noch immer auf dem ehemaligen Klosterareal, das heißt ungefähr unter der Rathausstraße in Schönau. Ja, und wer sich auf die Spuren von Hildegund beziehungsweise Josef in Schönau begeben möchte, der könnte doch einfach mal hinfahren und sich da auch wunderschöne Kirchen anschauen, die zwar nicht Hildegund geweiht sind, aber auf jeden Fall einen Besuch wert sind. In unserer nächsten Folge dreht sich alles um verschwundene Dörfer, sowohl um ganz reale, aber auch um eins, das es höchstwahrscheinlich nie gegeben hat. Dafür begeben wir uns sowohl nach Schriesheim als auch in den Neckar-Odenwald-Kreis und schauen einfach mal, auf welche Spuren wir so stoßen. Dein Neckar-Odenwald-Kreis 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 Untertitelung des ZDF, 2020